Wenn ich die Beatmungsmaschine nehme, würde ich die Beutel bei Atmung bevorziehen, vor allem wenn man das Personal hat. Seid ihr schon soweit? Na ja, was denn? Also wie ausgemacht, danke Gregor für die Frage. Wir haben inzwischen auch die Präsentation zum Laufen gebracht und kommen jetzt zu etwas ganz anderem. Ich hoffe, dass ich das haptisch schaffe, weil da zeigen, drücken, da sprechen, das ist für einen Mann schon ziemlich eine Herausforderung. Ich habe keine so schöne Folie zu meinen Conflicts of Interest. Aber meine Conflicts of Interest sitzen derzeit in Judenburg, heißen Karin, Alisha und Sarah. Ansonsten liegt mir finanziell niemand auf der Tasche und gibt mir auch kaum wer Geld. Ich möchte jetzt ganz kurz ein bisschen darüber sprechen, ob uns Kurse eigentlich helfen, Leben retten zu lernen. Weil das sowas ist, was dogmatisch eigentlich die letzten vielen Jahre einfach so dasteht und immer wieder von überall lanciert wird. Der Erste-Hilfe-Kurs ist eigentlich das Nonplusultra. Und mit Dogmen habe ich schon seit jeher so ein gewisses Problem. Und deshalb habe ich mir gedacht, ich schaue mir das jetzt einmal an, ob dieser Erste-Hilfe-Kurs uns eigentlich hilft, Leben retten zu lernen. Also die beiden Darsteller kennen noch viele. Die meisten von uns sind irgendwann im Frühjahr der Jugend einmal mit einem Erste-Hilfe-Kurs in Kontakt gekommen. Und wenn ich mich an meine ersten Erste-Hilfe-Kurse zurückerinnere, dann haben die ganz viel mit irgendeiner Form von Helmabnahme zu tun gehabt. Wo man inzwischen drauf gekommen ist, das geht so eigentlich in der Realität gar nicht. Im Kurs funktioniert es gut, weil wir haben große Helme, kleine Köpfe. Beim wirklichen Motorradfahrer ist das alles ein bisschen schwieriger. Wir haben Leute durch die Gegend getragen, durch die Gegend gezogen und sind mit ganz vielen Dingen konfrontiert worden, die einfach so apothektisch dahingestellt worden sind. Jetzt ist die Frage, bringt das was? Grundsätzlich dauert dieser Standard-Erste-Hilfe-Kurs, den wir kennen, seit über 40 Jahren. Ich konnte es nicht länger zurückverfolgen. Das ist das Letzte, was ich schriftlich habe. Darsteller vom vorigen Bild hätten wahrscheinlich aus Vorkriegstagen noch berichten können, aber das ist als Referenz nicht ganz, oder zählt nicht ganz so. Das, was ich schriftlich nachvollziehen habe können, ist, dass der Standard-Erste-Hilfe-Kurs 16 Stunden dauert. Seit 40 Jahren. Nicht länger, nicht kürzer, nicht mehr, nicht weniger. Am Inhalt ist gebastelt worden, es sind Dinge dazugekommen, es sind ganz viele Dinge weggefallen. Was sich aber nie jemand überlegt hat, ist, ob 16 Stunden ausreichend zu viel sind, zu wenig sind. Ich weiß es nicht. Tatsache ist natürlich, dass dieser Erste-Hilfe-Kurs neben der Wiederbelebung sich mit ganz vielen Themen beschäftigt, die sozusagen alle Aspekte der Notfallmedizin, der Leihenversorgung von Notfallpatienten abdecken. Das geht natürlich weit über Reanimation hinaus. Die Frage ist, die man sich halt stellen muss, ob das immer so viel jetzt für den Patienten bringt. Was schaut am Ende davon heraus? Hat der Patient tatsächlich was davon? Ich weiß schon, es ist in Österreich für ganz viele Gruppen genau dieser 16-stündige Kurs vorgeschrieben. Wahrscheinlich wird er auch deshalb noch so abgehalten, weil Buslenker, Lehrer, Kindergärtner, alle müssen diesen 16-Stunden-Kurs irgendwann absolviert haben. Ob der jetzt gut ist oder nicht, damit beschäftigt sich das Gesetz ja zunächst einmal nicht. Ich habe zu Hause auch ganz lang diskutiert darüber und gesagt, wenn man jetzt weglässt, ob es für den Patienten was bringt und sich anschaut, ob es für den Ersthelfer was bringt, dann bringt es ihm was. Weil ich gebe dem Ersthelfer subjektiv das Gefühl, er kann jetzt mit allen Notsituationen in irgendeiner Form umgehen. Also ich erhöhe das subjektive Sicherheitsgefühl des Ersthelfer, des Kursteilnehmers. Spannender wäre aber, ob es dem Patienten was bringt. Und da muss man einfach sagen, es gibt eigentlich überhaupt keine Daten dazu, ob in Abhängigkeit von der Qualifikation des Ersthelfers der Patient davon profitiert. Und ob er mehr davon profitiert, wenn der Ersthelfer einen 16-Stunden-Kurs besucht hat, als wenn er einen 4-Stunden- oder einen 8-Stunden-Kurs besucht hat. Das wäre einmal ein interessantes Feld, das zu beackern. Inzwischen gibt es ja nicht nur den 16-Stunden-Kurs. Es gibt darüber hinaus ein buntes Portfolio an Erste-Hilfe-Kursen. Da werden 4-Stündige Auffrischungskurse angeboten. Es werden 4-Stündige Herz-Lungen-Wiederbelebungskurse angeboten. Es werden 8-Stündige Auffrischungskurse angeboten. Es werden Spezialkurse angeboten. Also es gibt ein buntes Angebot an Erste-Hilfe-Kursen. Allein, auch da, Evidenz-basiert sozusagen, wie viel Zeit brauche ich wirklich, gibt es kaum. Und wenn man jetzt dann so gewisse Kurse anschaut, dann kommt man vielleicht darauf, dass manchmal ganz schön schwierig ist, da jetzt wirklich was mitzunehmen. Und ich habe euch ein kurzes Video mitgebracht, wie Kurse auch laufen können. So, assessing the situation, are they breathing? No, Rose. They are not breathing. And they have no arms or legs. No, that's not part of it. Where are they? You know what? If we come across somebody with no arms or legs, do we bother resuscitating them? I mean, what kind of quality of life do we have there? I would want to live with no legs. How about no arms? No arms or legs is basically how you exist right now, Kevin. You don't do anything. All right, well, let's get back to it, because you're losing them. Okay, too fast. Everyone, we need to pump at a pace of 100 beats per minute. Okay, that's hard to keep track. How many is that per hour? How's that going to help you? I will divide and then count to it. Right. Okay, well, a good trick is to pump to the tune of Staying Alive by the Bee Gees. Do you know that song? Yes, yes, I do. I love that song. First I was afraid, I was petrified. No, it's... Ah, 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 Staying Alive, Staying Alive. Okay, you were in the parking lot earlier. That's how I know you. Ah, 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 Staying Alive, Staying Alive. Ah, 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 Staying Alive, Staying Alive. Yeah, okay, you didn't maintain a hundred beats per minute, and the ambulance didn't arrive because nobody called 911, so you lost them. Okay. Gut, das ist jetzt für eine amerikanische Fernsehserie produziert und die Realität schaut sicher ganz anders aus. Ich weiß nicht, es werden einige im Auditorium sitzen, die vielleicht auch Kurse halten und manchmal ist es ganz schwer, so einen Kurs so durchzuziehen, wie man sich das vorher vorgestellt hat. Da ist es sicher fast unmöglich. Aber wenn man jetzt schaut, wie gut sind unsere Erste-Hilfe-Kurse, dann fällt das ganz schwer, weil unsere österreichischen Erste-Hilfe-Kurse sind natürlich sensationell. Ich habe auch kaum Daten dazu gefunden, aber eine deutsche Gruppe hat sich das mal angeschaut und hat gesagt, wie laufen eigentlich Wiederbelebungskurse? Die haben sich da auf BLS-Kurse kapriziert und haben, das ist heutzutage im Fernsehen ganz modern, da gibt es Undercover-Boss und wie das alles. Das heißt, die haben einen Undercover-Experten quer durch Deutschland in BLS-Kurse geschickt. Und der sollte sich das einfach anschauen und retrospektiv bewerten, wie dieser Kurs denn war an fest vorgegebenen Qualitätsmerkmalen. Der Kurs sollte 240 Minuten dauern. Also ein vierstündiger BLS-Kurs, der Leute sozusagen mit den Basismaßnahmen der Reanimation vertraut machen soll. Was ist aufgefallen? Es ist einmal aufgefallen, dass die durchschnittliche Kursdauer doch erheblich abgewichen hat. Es gibt natürlich kein, oder es gibt nicht natürlich, aber es gibt keine Informationen, wie viele Teilnehmer ein solcher Kurs hat, aber es wird nicht einer gewesen sein. Tatsache ist, wenn diese vier Stunden innerhalb eines Tages abgehalten wurden, dann hat der Kurs im Durchschnitt 101 Minuten, also nicht einmal die Hälfte der veranschlagten Kurszeit. Ein bisschen besser war es, wenn der Kurs sozusagen auf zwei Tage, auf zweimal zwei Stunden aufgeteilt war, dann ist die Zeit schon viel besser ausgenutzt worden. Also da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Rein theoretisch, wenn man nach 101 Minuten mit so einem Kurs fertig ist, müssten dort perfekte Reanimatoren rausgegangen sein, weil die haben nicht mehr Zeit gebraucht, offenbar. Wenn man jetzt anschaut, wie viel dieser vier Stunden wirklich für Reanimationstraining, Lehrzeit für kardiopulmonale Reanimation zur Verfügung gestanden hat, dann kommt man darauf, dass das beim Eintageskurs 51 Minuten im Durchschnitt waren. Beim Zwei-Tages-Kurs auch da ein bisschen mehr, aber eigentlich doch die Frage, ob da nicht mehr rauszuholen wäre. Sie haben dann den Vergleich gezogen, dass zum Beispiel für andere Dinge, für andere Maßnahmen fast gleich viel Zeit aufgewendet worden ist. Und demnach schließen Sie auch, dass diese beobachteten Kurse nicht einmal die Hälfte der veranschlagten Zeit gedauert haben, dass sozusagen Maßnahmen, die eigentlich von der Evidenz her eher schwach sind, wie zum Beispiel eine stabile Seitenlage, sehr viel Zeit in Anspruch genommen haben und dass zumindest was die Wiederbelebung betrifft, da deutlich noch Luft nach oben ist. Und dass eigentlich das Ganze nach Qualitätsmanagement, nach Überdenken dieser Strukturen eigentlich schreit. Deutschland ist in Österreich ganz sicher ganz anders. Bei uns gibt es solche Kurse, bin ich ganz sicher nicht. Unsere dauern alle und bei uns wird das alles qualitativ hochwertig unterrichtet. Aber vielleicht kennt der eine oder andere doch eine Ausnahme. Jetzt ist die Frage nach Awareness-Programmen, die ja vor drei Tagen, ich glaube 2013 war das, 2014, 2013, du sprichst dann drüber, ist die Frage, wie schaut es mit so Öffentlichkeitsinitiativen aus? Braucht man sowas eigentlich? Weil Erste-Hilfe-Kurse haben wir ja sehr viel. Auch da, ich tue mir oft leichter, weil es keine österreichischen Daten wieder sind. Auch da sind wir Österreicher wahrscheinlich viel besser. Es sind dieses Mal Zahlen aus Slowenien. Da sind 500 Telefoninterviews durchgeführt worden und man hat die Leute gefragt, ob sie schon einmal einen Erste-Hilfe-Kurs besucht haben. Das war bei 70% der Befragten so. Also wir kommen drauf, dass eigentlich fast jeder irgendwann im Laufe seines Lebens einmal durch seinen Erste-Hilfe-Kurs durchgeschleust wird. Vielleicht auch durch mehrere. Aber irgendwann hört das dann auf. Das ist so ungefähr wie mit dem Impfen. In der Schulzeit sind viele geimpft und irgendwann wird man dann faul. Und so ist es auch da, dass bei 80% der Befragten dieser Erste-Hilfe-Kurs schon mehr als 10 Jahre zurückgelegen hat. Deshalb war auch die weitere Frage dann nicht überraschend. Also knapp jeder Zweite hat noch gewusst, dass Thorax-Kompressionen irgendwas mit Reanimation zu tun haben. Wie tief man da reindrücken muss, ist schon ganz wenig Nummer ein Begriff. Wie oft man reinbläst und reindrückt, also das haben noch ein paar mehr zusammengebracht. Gleichzeitig wie tief und wie oft, weiß kaum mehr wer. Was auffallend war, war, dass bei denen, die einen Erste-Hilfe-Kurs besucht haben, das Wissen besser vorhanden war als bei Leuten, die sich noch nie damit beschäftigt haben. Was ist also die Schlussfolgerung? Also in Slowenien ist sozusagen die Ausbildung oder sind die Kenntnisse in Basis-Wiederbelebung relativ schlecht. Und man sollte sich überlegen, wie man das verbessern kann. Ich hätte eine Lösung. Zum einen machen wir es einfacher. Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass bei 80% der Befragten der Erste-Hilfe-Kurs 10 Jahre zurück ist, dann wird das ziemlich kompliziert. Sich da noch zu erinnern. Ich kann mich an einen meiner ersten Erste-Hilfe-Kurs erinnern. Ich glaube, es waren 12 oder 14 Schritte, bis man mal draufgekommen ist, dass der einen Kreislauf-Stillstand hat. 14 einzelne Handbewegungen. Das war es nach 10 Jahren keiner mehr. Und wird demnach dann auch nichts tun. Man muss die Leute darauf aufmerksam machen. Und zwar immer wieder. Nicht alle 10, alle 15, alle 20 Jahre. Sondern immer wieder, dass es sowas gibt. Und sie auch motivieren, dass das was bringt. Und möglicherweise, oder ziemlich sicher, meiner persönlichen Meinung nach, werden Ausbildungskurse schon helfen, auch eine korrekte Technik gut zu lernen. Möglicherweise. In Österreich. Bringt so ein Evianis-Programm was? Kann man ja jetzt sagen, und das ist ja durchaus auch in der Vergangenheit andiskutiert worden, das bringt ja eigentlich gar nichts. Die Leute sollen, wenn sie was machen, einen Erste-Hilfe-Kurs besuchen, sollen sich wirklich ausbilden lassen, weil wir wiegen sie ja in einer falschen Sicherheit, wenn wir sie nur so kurz mit Reanimation vertraut machen. Da hat es eben nach der ersten, nach dieser ersten großen Welle an Evianis-Programmen, hat man 2004 Menschen befragt, Telefoninterviews wieder, und zwar war das in Münster, und zwar zwei Monate vor, und zwei Monate nach diesem Tag der Wiederbelebung, wo ganz viele mit Wiederbelebung in Kontakt gekommen sind, und zwar von den Befragten im Nachhinein 58%. Die haben irgendwo davon gehört, haben teilgenommen, sind angesprochen worden. Also eigentlich ganz schön viel. Wenn man unselektiert, einfach Nummern aus dem Telefonbuch anruft. Und was ist herausgekommen? Die, die an so einer Veranstaltung teilgenommen haben, die waren doch viel besser informiert, die wussten, dass Thorax-Kompressionen Teil der Wiederbelebung sind, zum deutlich höheren Maß. Die wussten die korrekte Frequenz der Thorax-Kompression, und zwar signifikant besser als die, die nicht an so einer Veranstaltung teilgenommen haben. Die kannten die korrekte Kompressionstiefe. Also die haben eigentlich sehr viel von diesem Programm mitgenommen. Und daher schließen die Autoren auch, dass es schon einen signifikanten Einfluss hat, wenn man solche Evianis-Programme, solche Öffentlichkeitsinitiativen abhält und sowas organisiert. Wir könnten jetzt noch einen Schritt weiter gehen, sagen, lassen wir das auch weg. Wir sind alles erwachsen Leute. Wir könnten ja einfach das jeden selber lernen lassen. Es gibt da so tolle Internetprogramme, DVDs kann man ausschicken, die sollen sich das zu Hause doch selber anschauen. Was ist da rausgekommen? Da habe ich jetzt zwei Arbeiten gefunden. Auch da wieder, dass es bezüglich des Realeinsatzes mal keine Daten gibt. Aber was haben die gemacht? Die haben einfach Skill-Messungen an Pharmaziestudenten, waren es glaube ich, die Skill-Messungen unterzogen. Und zwar geteilt in zwei Gruppen. Die einen wurden ausgebildet in einem Kurs und die anderen haben sich das versucht, selbst beizubringen durch DVDs, durch E-Learning und so weiter. Was ist herausgekommen? Wir haben eine Idee. Es gibt kaum einen Unterschied. Die kennen das, wenn man sich das in der DVD anschaut, fast gleich gut wie die, die einen Kurs besucht haben. Ich möchte nicht verschweigen, dass es da natürlich auch andere Arbeiten gibt. Also da war Ähnliches. Es war ein video-basiertes Training gegenübergestellt einem Feedback-Training. Ob das jetzt mit Videokameras und verbalem Feedback oder wie auch immer funktioniert hat, war egal. Aber sozusagen reines Selbststudium kontra Feedback-gebendes Training, wo irgendjemand sagt, du machst das gut, du machst das schlecht, schneller, langsamer. Und die sind zum Schluss gekommen, eigentlich, dass sozusagen irgendeine Art von Feedback doch hilfreich und sinnvoll ist, um die Technik sinnvoll zu erlernen. Naja, jetzt haben wir viel gehört. Reden du ja ganz gern. Jetzt schauen wir noch an, was von dem allen ist in die Guidelines eingeflossen. Es hat 2015, als die Guidelines publiziert waren, sind glaube ich zum ersten Mal auch wirklich ein eigenes Kapitel, das sich nur mit Ausbildung und dem Weitergeben sozusagen der Reanimationstechniken befasst gegeben. und da ist einiges drinnen, was wir heute auch noch hören werden. Zum einen, dass es vermutlich Sinn macht, Schulkinder bereits mit diesen Maßnahmen sozusagen vertraut zu machen, auch in Bezug dessen, dass die vielleicht ihr Umfeld informieren und so weiter. Tatsache ist, dass die Guidelines auch sagen, nicht ein 16-Stunden-Erste-Hilfe-Kurs, sondern was die Reanimation betrifft, scheint es ausreichend Leute zwei Stunden pro Jahr damit zu schulen und starten sollte man laut den Guidelines mit einem Alter von 12. Man muss sich natürlich auch immer ein bisschen darauf einstellen, mit wem man da gerade spricht und sozusagen das Ziel ist es nicht, jetzt medizinisches Fachwissen weiterzugeben, sondern einfache Handgriffe den Leuten beizubringen. Und vor allem im Hinblick darauf, dass wir das ja möglichst weit verbreiten wollen, sollen so Selbstlernprogramme durchaus auch verbreitet werden und können ein gutes Instrument sein, wirklich Massen damit in Verbindung zu bringen. Die Guidelines schließen auch und sagen, die optimale Dauer ist nach wie vor nicht bekannt. Und was wir auch schon lange wissen, es bringt nichts 10 Jahre oder länger zu warten, sondern nach wenigen Monaten, nach drei bis sechs Monaten nach so einem Training, nach einer Ausbildung ist eigentlich das meiste Wissen wieder erfuhrt. Und das wiederum, da schließt sich jetzt der Kreis, glaube ich, auch zu den Awareness-Programmen und Ähnlichem, das eine kurze Wiederauffrischung. Ich will mir ja nicht nach drei Monaten schon wieder in den 16 Stunden Erste-Hilfe-Kurs setzen. Aber wenn mich kurz mal jemand auf der Straße anhält und mir das schnell wieder zeigt, ist es vielleicht wieder im Kopf und ich bin dann auch eher gewappnet, im Ernstfall zu helfen. Ein ganz großer Streitpunkt ist im Anschluss auch an Gerhards Vortrag die Frage, beatmen ja oder nein? Wie schaut es da aus für den Laien? Das geht ja bis dahin, dass das durchaus von gewissen Stellen auch behauptet wird, das ist alles sozusagen, man muss beatmen. Also das wäre Guidelines-konform und wenn man den Leuten beibringt, nicht zu beatmen, bringt man ihnen keine wirklich gute erste Hilfe bei. Was sagen uns die Guidelines dazu? Sie sagen, klar, also diese kritischen Stimmen haben recht, idealerweise sollte jeder mit allen Skills bei Laienreanimation ausgestattet werden und dazu zählt auch die Mund-zu-Mund-Beatmung. Ob er das jetzt schafft oder nicht, ist dann leider hingestellt, aber es gehört in den Lehrplan. Gleichzeitig sagen die Guidelines aber auch, dass sowohl bei Massenveranstaltungen, wo ich möglichst viele Leute damit auseinandersetzen möchte, oder auch bei der Telefon angeleiteten CPR durch Leitstellen und so weiter, man auf dieses technisch schwierige Tool verzichten soll und vielleicht einfach die Compression-Only-CPR sozusagen bevorzugen. Was man dann ja machen kann, und das empfehlen die Guidelines auch, im Anschluss an so eine Massenveranstaltung oder so sozusagen, ihr könnt das vielleicht noch besser lernen, besucht seinen Erste-Hilfe-Kurs und dann dort auch noch mit der Maßnahme, der Beatmung sozusagen konfrontiert zu werden und das zu lernen. Ja, und damit bin ich schon fast am Ende. Gibt es Fragen? Wenn nicht, möchte ich in alter ERC-Manier ganz kurz die wesentlichen Punkte noch einmal zusammenfassen. Also, ich glaube, dass Öffentlichkeitsinitiativen und Erste-Hilfe-Kurse sich ergänzen können. Es ist ein ganz schlechtes Feld, um dort irgendwo Gräben aufzutun, wo keine sein sollten. Jetzt habe ich kein Bild mehr gemacht, aber auch nichts. Ihr müsst jetzt nur wissen, was auf den weiteren Punkten der Zusammenfassung steht. Nein, aber mir kurz herzeigen, damit ich die wesentlichen Punkte vielleicht nicht vergiss. Wie gesagt, Eberonis-Programme können auf jeden Fall die Bereitschaft der Menschen zu helfen steigern und sind da, was jetzt die investierte Zeit zum Nutzen bringt, sicher eine ganz tolle Sache. Basis ist natürlich, dass die Maßnahmen, die ich dort in kurzer Zeit zeigen möchte, wirklich einfach sind. Also, keep it simple. Und ganz ein spannendes Feld vielleicht zu beackern, wenn irgendjemand noch mal studientechnisch, also bei uns im oberen Murtal ist es schwierig. Wir haben nicht so viele Reanimationen, aber spannend wäre eben einmal vielleicht die Qualifikation der Ersthelfer in Zusammenhang mit dem Outcome einer Reanimation zu bringen. Das könnte man sich vielleicht einmal anschauen. um dann Daten liefern zu können, was bringt Erste-Hilfe-Ausbildung tatsächlich. Danke für die Geduld und ich darf jetzt wieder meine Rolle als Moderator wechseln sozusagen und das Mikrofon an den nächsten Redner weitergeben. Ich möchte, da so viele Fragen heute aus dem Publikum kommen, das ist fast der Wahnsinn, um die Zeit nicht zu überstrapazieren, jetzt dann...